Moin Leute, was geht ab? Eulie Ghost wieder am Start mit einem neuen Pokémon GO Video. Einfach mal die Woche wieder zusammengefasst, da ich ja nicht so viel Zeit habe leider. Heute ist der Feiertag, darum habe ich mal Zeit, endlich dieses Video früher hochzuladen. Ja, Raikouasa, gestern wieder die Raikouasa Raid Stunde mitgemacht. Wir werden keine besten Freunde. Raikouasa und ich werden keine besten Freunde. Wir haben 8 Stück gemacht, da auch wieder die Arenen in der Stadt einfach nur Kacke waren. Wir mussten wieder zur ganzen Gar, also bis runterlatschen, um da die Raid Stunde anzufangen. Das ist so behindert, weil das immer permanent durchwechselt und die letzten Male war einfach nur Scheiße, weil du einfach, du hast da eine Arena und da musst du irgendwie so 5 Minuten oder so 10 Minuten laufen bis zur nächsten Arena. Das ist halt problematisch, weil man so viel Zeit verliert. Und ja, aber egal. Nächstes ist, ihr werdet es gleich sehen, wir haben, also ich profitiere sehr, sehr viel von diesem Geschenk-Event gerade. Mit den Eiern, Eierschlüpfen, Eierhätschen. Und wir haben wieder ein 100er. Yes, let's go. Oh, von Naira in 100%. Das heißt, 2 Tage, innerhalb von 2 Tagen, haben wir ein Vulpix 100er bekommen. Und von Naira 100er. Besser kann es nicht werden. Oh doch, schaut bis zum Schluss, es wird noch besser. Also, ja, also wie gesagt. Ja, Raikouasa und ich werden keine besten Freunde. Das ist ein bisschen uncool. Aber auch bei uns auch, lustigerweise, hat keiner einen Shiny. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr schon einen Shiny? Habt ihr noch keinen Shiny? Habt ihr einen 100er vielleicht? Naja. Und wir haben auch endlich wieder einen Sinnohrstein bekommen. Das heißt, ich konnte endlich meinen Mammut-Hell machen. Und ich hatte schon so lange einen 420er WP-Quickle. Das habe ich weiterentwickelt. Und konnte irgendwie nie es entwickeln, weil ich keine Sinnohrsteine hatte. Und dann habe ich wieder das andere entwickelt mit dem Sinnohrstein. Und jetzt haben wir endlich unser Mammut-Hell. Unser 98%iger Mammut-Hell. Auch ganz cool. Jetzt auch ganz cool für halt Raikouasa-Rates. Und ist halt stark. Das Ding ist halt bombastisch. Ich habe das hochgepusht bis auf 3000. Also bis zum Geht nicht mehr. Der Kreis ist jetzt voll. Wenn ich jetzt noch ein paar Level aufstiege, kann ich natürlich noch mehr boosten. Das dauert aber noch ein bisschen bis dahin. Aber es ist sehr gut. Es ist sehr stark. Mir gefällt das sehr. Und dann haben wir noch eine andere Entwicklung. Oh, und wir haben... Registrier-Arts-Pokémon-Pokédex, die zuerst in der Sinnohr-Region entdeckt wurden. Ja, okay, gut. Dann haben wir endlich mal hier dieses Vibrava. Also das Knackler. Und was ich nie aus 10 Kilometern herbekommen habe. Ich habe gesehen, dass viele sich beschwert haben, warum das in einem 10 Kilometer-Ei war. Damals. Und ich habe keine bekommen. Ich hatte... Ich habe letztens noch eins bekommen. Jetzt kann ich es auch endlich entwickeln. Ihr habt es gesehen. 100 Bonbons hatte ich jetzt erst. Jetzt haben wir unser Libeldra. Endlich. Pokédex-Eintrag auch. Hat ziemlich lange gedauert. Es fehlen noch viele Pokémon-Pokédex. Da sind wir noch nicht ganz durch. Dann haben wir noch... Seht ihr auch gleich. Eine shiny Entwicklung. Damit haben wir dann auch die Family voll. Von dem bombastischen Teil, sage ich mal. Das war ein kleiner Spoiler. Aber ihr seht es hier. Weil mal wird entwickelt. Da ich ja letztens... Letzte Woche... Raidstunde noch einen shiny Weil mal gefangen habe. Habt ihr im Video ja auch bestimmt noch gesehen. Und das wird weiterentwickelt. Auch ganz cool. Damit haben wir schon mal die shiny Familie zusammen. Das heißt, wir haben glaube ich so 54 Shinies schon zusammen. Das ist ganz cool. Also jetzt von einer Art. Ich hab ja auch mehrere. Zum Beispiel... Äh... Was war's nochmal? Ja, Bummels hab ich ja auch mehrmals und so. Die sind jetzt nicht mit eingezählt. Aber 54 im Ganzen so, ne? Ähm... Was haben wir noch? Da ist so viel passiert diese Woche. Also ich kann euch sagen... Dann, ja genau hier. Wir sitzen wieder bei McDonalds. Und... Seht ihr das Nibel? Boom! Wir haben wieder bei Magus... Haben wieder ein shiny gefangen. Nice. Also die Woche ging richtig gut ab mit den Chinese. Unser shiny luck war... Wieder am Start. Aber ich muss sagen halt auch, weil ich jetzt in der Stadt arbeite, dass ich auch ziemlich jeden Tag spiele. Also ich spiele jeden Tag. Ich spiele, wenn ich da hin, wenn ich zur Arbeit fahre, spiele ich in der Mitterexpause, spiele ich abends, wenn ich nach Hause für Arbeit fertig, dann spiele ich auch Pokémon Go. Also ich bin jetzt hinterm Zocken und ich fange halt alles, was mir durch die Quere kommt, so. Zumal es jetzt auch bei dem neuen Event, ne? Mit dem Sternenstopp-Event. Funkt, funkt, funkt. Haut alles raus, was ihr habt. Schmeißt eure Sternenstaub-Steine an. Und let's fetz, alter. Das wird richtig viel Sternenstaub geben. Mache ich auch den ganzen Tag jetzt. Ich schmeiße jedes Mal ein. Ich habe noch 30 Stücke, also ich habe mir die alle angesammelt. Nur für dieses Event, ne? Damit ich endlich mal Sternenstopp habe und auch endlich mal Sachen boosten kann. Ich habe ja vieles, was ich noch nicht geboostet habe und das muss jetzt endlich mal rauskommen. So, wir haben Eier. Auch nochmal richtig geil. Boom, ein Riolo. Ja, und das ist ein richtig gutes Riolo. Das werdet ihr sehen, wenn ich jetzt gleich hier Bewertung drücke. Also, ich kann euch sagen, das da ist unser sechstes Riolo. So, wir haben drei Normale noch in meinem Inventar. Zwei haben wir entwickelt. Und wir haben eins ja schon mal getauscht durch das Mewtwo, was ich von einem Kollegen bekomme. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Aber das habe ich damals noch getauscht. So, das heißt, wir haben schon sechs Riolos und die sind doch so selten. Und ich habe schon sechs Stück davon. What? Das ist schon krass. Ja, da seht ihr immer auf der Arbeit, da drifft ich immer rum. Ist auch ganz cool, weil ich im Gebäude oben sitze. Und da drifft ich halt immer. Das ist ganz cool. Pichu, ja, Pichu ohne Hut. Ich habe während den Events, habe ich einen Pichu-Hexen-Hut bekommen. Ich hatte zwei Eier, wo andere Pikachus waren. Die habe ich ohne Hut bekommen. Da war ich dann mega, mega mad und sad, dass ich da keinen Pichu-Hut bekommen habe. Es wäre ein Pichu mit Ash-Ketchum-Hut gewesen und Sonnenhut, glaube ich. Ich habe keins bekommen. Und ihr habt ja gerade gesehen, das ist absolut auch ganz cool. Und, warte, ich muss gerade gucken. Ist es das? Nein, okay. Ich glaube, das nächste oder das übernächste wird ein geiles Ei werden. Ich sage euch, ganz ehrlich, ja, hier, Mobile, habe ich auch so oft gehadget, warte ich auch nochmal auf das Shiny drauf, wird bestimmt auch bald kommen. Aber ich kann euch sagen, diese Woche mit den Eiern ging richtig ab. 200er, ein Shiny und zwar unser erstes Shiny Alola. Okay, fail, ist so, ist so, ist so, ist so, ist so. Nachdem bist du, kommt das Shiny Alola, das ist unser erstes Shiny Alola-Pokémon. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Ich war zu einem Park, mir scheißegal, ob ich da rumgeschrien habe, mit Leuten auf den Zoom gedreht. War mir scheißegal, ich habe mein erstes Alola-Slimer-Shiny gefangen. Äh, nicht gefangen, gehadget. Let's go. Ja, ich, das hat mich wirklich gefreut. Und das Ding ist, ich habe jetzt schon, das normale Slimer habe ich in Shiny. Ich habe Alola-Slimemok in einem 100er da. Und jetzt habe ich auch noch das Shiny Alola-Slimer. Richtig geil. Da, wirklich nice. Da können wir wirklich mal die Family irgendwann zusammen bekommen. Von allem, so. Richtig geil. Hat mich sehr, sehr gefreut. Das ist auch mein allererstes Alola-Slimer, ähm, Shiny. Die sind sehr, sehr selten, finde ich. Und da kommen noch ein paar Eier, die sind jetzt uninteressant, die habe ich einfach mit reingetan. Ähm, ja. Können wir ja noch ein bisschen über die neue Eye-Animation reden. Ich finde sie nice. Viele, ich habe schon viele gesehen oder gehört, die es nicht mochten. Auch bei uns in der Gruppe. Also in der luxemburgischen Gruppe, bei der Rage-Stunde und so. Die mochten das überhaupt nicht. Ich finde es ganz cool. Ist mal eine Abwechslung zu dem alten, weil, wie ich meine, wir haben das jetzt drei, drei Jahre schon. Wurde auch ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu wechseln. Ich finde es ganz cool. Muss ich sagen. Ich habe kein Problem damit. Ist zwar vielleicht für viele, äh, gewöhnungsbedürftig, aber, äh, ich finde es ganz cool. Ist mal was anderes. So. Und, ähm, ja. Also wie gesagt, Sternenstaub-Event haut rein. Ich werde da auch richtig gut reinhauen, da ich noch sehr, sehr viele Sachen pushen will und pushen muss. Und, ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt die zwei letzten Egg-Hedges. Aber da war nichts dabei, glaube ich. Da war ein Teil Rogue. Und, ich weiß es schon nicht mehr. Mäh. In Rau-Bauts. Äh, habe ich auch so viele schon gehätscht. Nein, die gehen mir, die gehen mir jetzt ein bisschen auf den Sack. Aber okay. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Macht's gut. Und, tschau'sen.